Ich weiß gar nicht, was ihr erlaubt, Karneval fällt aus, hat doch jeder eine Maske auf, also findet Karneval statt, also ich gehe als Mädchen mit Maske, wie, das ist keine Verkleidung, doch, wenigstens die Maske, und alle Fans vom FC Köln, vielleicht scheitert er ja nicht ab, also, naja man, Gott, 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 die KV-Safe-Gutsch!